Spannend! Kehrt er als Frauenbundestrainer zum DFB zurück? Frankfurt der Main, der deutschen Frauenfußball-Nationalmannschaft ist am Dienstagabend mit einem 4-0-Sieg über Island ein echter Durchbruch gelungen. Die Kontroverse um Martina Forsteglenburg, 55, die abwesende Nationaltrainerin, hat jedoch nicht nachgelassen. Derzeit gibt es Gerüchte über mögliche Nachfolge, auf die ich sehr gespannt bin. Laut einem Bericht der Sportbild ist der wahrscheinlichste Kandidat für die möglicherweise vakante Position kein geringerer als der langjährige U21-Nationaltrainer Stefan Kunz, 60 Jahre. Besonders interessant dürfte die Personalie sein, da Kunz erst vor wenigen Tagen als Kandidat für das Traineramt der Herren-Nationalmannschaft galt. Bekanntlich hat Julian Nagelsmann, 36, letzte Woche das Amt übernommen, doch Kunz ist nach seiner Entlassung als türkischer Nationaltrainer gerade erst auf den Markt zurückgekehrt. Ist der DFB deshalb immer noch aktiv und versucht, den Erfolgstrainer, der in seinen fünf Jahren als Trainer zwei EM-Titel mit der U21 gewann, Nach Deutschlands zurückzuholen, Martina Forsteglenburg, bleibt sie in einer anderen Funktion beim DFB? Damit dies jedoch gelingt, muss zunächst die Position des Trainers der Frauen-Nationalmannschaft verkannt werden. Es sollten keine Personalentscheidungen getroffen werden, bis Forsteglenburg von seiner Krankheit genesen ist und zurückkehrt. Laut Sportbild soll der seit 2018 berufene Nationalmannschaftsmanager zunächst Gelegenheit erhalten, sich zu den Vorwürfen mangelnder Kommunikation und mangelnder taktischer Vorbereitung während der gescheiterten WM zu äußern. Hoffnung, hoffentlich ist es nächste Woche möglich. Berichten zufolge wird dann über die Möglichkeit diskutiert, einen neuen Trainerstab in die deutsche Frauen-Nationalmannschaft zu holen. Forsteglenburg bleibt jedoch beim DFB und übernimmt die Rolle des DFB-Frauen-Nationaltrainers. Laut Sportbild hat der Nationalmannschaftsmanager die Aufgaben dieser Position tatsächlich bereits übernommen. Das heißt, sie befindet sich bereits in der Ausbildung, und die 55-Jährige hat ohnehin einen Vertrag bis 2025, was dem chronisch Klammern für ein Geld sparen könnte. Allerdings scheint die Möglichkeit einer Rückkehr auf die Trainerbank als DFB-Ausfall immer unwahrscheinlicher zu werden. Es ist unklar, was Forsteglenburg selbst zu dieser Möglichkeit denkt. Oktober muss eine Lösung gefunden werden. Und 31. aber eines ist sicher, bis zu den nächsten Länderspielen, 27. 20. 20.